Passend zum Video heute habe ich mir ein Sommerhemd angezogen, denn das ganze Video dreht sich um Sommerhemden. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die 10 besten Sommerhemden aktuell rauszusuchen. Und ich kann so viel schon mal vorweg nehmen, es sind wirklich sehr krasse Banger dabei. Wir haben günstige Pieces, wir haben aber auch teure Pieces, das heißt jeder sollte fündig werden. Alle Links natürlich in der Infobox. Aber wie komme ich eigentlich dazu, dieses Video hier zu drehen? Ich habe ein Fitpick hochgeladen von meinem Fit heute auf Instagram. Ich werde das hier jetzt mal einbenden, gerne auf Instagram reinfolgen, um solche wunderbaren Bilder nicht zu verpassen. Aber auf jeden Fall haben mich extrem viele gefragt, woher ist das Oberteil, woher ist das Hemd, hast du einen Link dazu. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sehr viele von euch nach Sommerhemden suchen, aber gar nicht wissen, wo sie Sommerhemden bestellen sollen. Kein Problem Jungs, ich habe das ganze Internet natürlich für euch und auch für mich auseinandergenommen. Und ich habe die besten 10 Sommerhemden rausgesucht. Und bevor wir starten, könnt ihr jetzt schon mal gerne ein Like dalassen für den Aufwand, den ich betrieben habe, für dieses Video hier. Gerne auch noch ein Abo dalassen. Und ganz, ganz wichtig, drittes, auch noch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt, let's go mit dem ersten Hemd. Wir starten sehr basic und zwar ein Must-Have für den Sommer ist auf jeden Fall dieses Weekday Kurzabendhemd hier, was es in drei verschiedenen Colorways gibt. Ich glaube, zwei Colorways davon sind schon komplett sold out, aber in dem schwarzen Colorway gibt es das noch. Und ich muss hier einfach erwähnen, der Schnitt sieht wirklich extrem gut aus. Die Rede ist von dem Weekday Kurzabendhemd namens Charlie. Die haben irgendwann wirklich sehr komische Namen. Aber auf jeden Fall könnt ihr sehen, dass Charlie wirklich einen sehr schönen Schnitt hat. Etwas Crop geschnitten, etwas Boxy geschnitten. Und es ist wirklich relativ schwierig, coole Sommerhemden zu finden, die so einen Schnitt haben und sehr preiswert sind. Denn hier liegen wir nur bei 40 Euro, ist noch in allen Size verfügbar. Ich würde hier True to Size gehen, weil es schon sehr Crop geschnitten ist. Natürlich bin ich auch Zara, H&M, Bershka und wie sie alle heißen durchgegangen. Muss aber leider sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, denn der Schnitt ist meistens komplett trash. Das heißt, es ist wirklich dieses skinny geschnittene, einfach zu lang geschnittene. Aber ein Hemd hat es mir angetan von Bershka, das werdet ihr jetzt mal eingeblendet bekommen. Und zwar reden wir jetzt nicht über ein Basic-Hemd, sondern könnt ihr sehen, dass auf der linken Seite ein leichter, wirklich sehr kleiner Stick drauf ist. Und auch auf der Rückseite ist ein Stick drauf. Was ich dann ziemlich cool finde, denn man muss ja hier so ein bisschen Variation reinbringen. Ich kann euch nicht 10 Basic-Kurzarmhemden zeigen. Es wäre ein Jeans-Kurzarmhemd. Hatte ich so auch noch nicht, werde ich glaube ich auch nicht kaufen selber. Falls ihr aber einfach ein Freund von diesem Jeans-Stoff seid, von diesem etwas dickeren Material, könnt ihr euch das gerne zulegen. Sieht beim Model wirklich extrem schön aus, der Schnitt. Das ist genau der Schnitt, den ich feiere. Und auch genau diesen Schnitt wird man auch bei allen anderen Hemden hier aus diesem Video sehen. Denn es ist einfach der coolste Schnitt bei Hemden. Ich denke mal, die meisten stimmen mir zu oder nicht. Die beiden günstigsten Pieces wären von Fashion Nova. Aber ich habe noch nie dort etwas bestellt. Das heißt, ich kann nichts zur Qualität sagen. Ich kann keinem von euch irgendwas garantieren. Weil die Dinger teilweise nur 15, 16 Euro kosten. Wie zum Beispiel dieses Paisley-Hemd hier. Und ich bin auch ziemlich überfragt, ob Paisley gerade noch ein Trend ist. Ob man Paisley diesen Sommer noch rocken kann. Aber ich denke mal, für 15 Euro macht man hier nichts falsch. Vor allen Dingen muss ich sagen, dass der Schnitt auch hier wieder extrem cool aussieht. Es gibt das in zwei Colorways. Einmal in Babyblau, einmal in Braun. Je nachdem, welchen Colorway man bevorzugt, kann man sich das natürlich bestellen. Aber wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, falls du schon mal dort was bestellt hast. Wie die Qualität ist, um den einen oder anderen davon abzuraten. Falls die Qualität einfach in Ordnung ist, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle. Denn die haben wirklich extrem viel zur Auswahl. Nicht nur dieses Paisley-Hemd hier, sondern auch das zweite, was von Fashion Nova ist. Dieses Graue hier, wo der Schnitt wirklich absolut aussieht wie eine 10 von 10. Aber ich habe leider die Vermutung, dass es etwas dicker ist vom Stoff. Also für die Tage, wo es wirklich 30, 40 Grad sind. Ich weiß nicht, ob wir jemals 40 Grad haben werden. Ist das hier nicht so vorteilhaft, weil auch das Model das Hemd über ein anderes Hemd drüber zieht. Aber trotzdem fand ich das Hemd einfach cool und dachte mir, komm, pack das mit ein für 20 Euro. Macht man, denke ich mal, auch hier nichts falsch. Aber die große Frage ist halt einfach die Qualität. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das mitbekommen hat. Und zwar hat 85 eine neue Kollektion rausgebracht, wo zwei geisteskranke Sommerhemden drin sind. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Die habe ich mir bestellt. Die werden bald bei mir ankommen. Wir werden ein LPU drehen. Und dann werden wir die Sachen auch unter die Lupe nehmen. Hi. Okay. Deshalb auf jeden Fall hier ein Abo dalassen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Dinger wirklich mein Sommer carrying werden. Wir haben das einmal in Babyblau und einmal in Schwarz, wie ihr sehen könnt. Das Main-Detail wäre, dass auf der linken Seite zwei so Cargotaschen dran sind. Also mäßig Cargotaschen, halt nur bei einem Hemd, was wirklich extrem cool ist. Und was man hier auch sagen muss, es wäre Nylonstoff. Das heißt, es ist jetzt nicht wie hier bei mir einfach nur Baumwolle, sondern halt Nylon. Der Fit sieht beim Model wirklich unfassbar crazy aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das bei mir fitten wird. Ich habe mir auf jeden Fall eine Size XS bestellt. Falls ihr euch das nachbestellen wollt, geht denke ich mal eine Size down. Damit ihr diesen extremen Cropped-Look habt. Aber hier muss man sagen, dass man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Denn das Ding kostet 80 Euro. Jungs, ihr glaubt nicht, wie viel Scheiße ich mit meinen Augen sehen musste auf Sommerhemden. Wo ich mir dachte, Digga, wie kann man so einen Print darauf machen? Deshalb habe ich eher Sachen ohne Print mit reingenommen. Denn ich finde einfach, wie gesagt, die meisten Prints zerstören das Hemd wirklich komplett. Auf jeden Fall machen wir weiter mit Pikis. Denn auch Pikis hat zur Zeit wirklich ein sehr geiles Sommerhemd im Shop. Und zwar das hier, das Checkerboard-Muster. Ist natürlich erstmal Geschmackssache, ob man das feiert oder nicht feiert. Ich stelle mir das aber ziemlich cool vor. Mit Vans oder mit einfach weißen Air Force. So ein klassischer Fit, der nicht wirklich extravagant ist oder so. Aber wirklich perfekt kommt für den Sommer. Denn dieses Hemd hier ist, es ist jetzt auf gar keinen Fall basic oder so. Denn es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Man sieht das nicht oft, dieses Checkerboard-Muster. Ist auch mit das einzige Hemd, was ich in dieser Art gesehen habe. Dementsprechend fallt ihr auf jeden Fall damit auf. Falls euer Ziel ist, damit aufzufallen. Die Mutter aller Sweetwear-Brands, wer er rät, natürlich Represent ist auch am Start. Ich glaube, ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt gehabt, dass ich die letzten Kollektionen gar nicht gefeiert habe. Was ich aber gefeiert habe, wären die Hemden hier, die es in drei verschiedenen Colorways gibt. Mein Favorite wäre der Beige-Colorway. Gib mir einfach extrem krasse Sommervibes mit den Rosen und so. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Ich bin einfach ein Riesenfreund von Rosen, von Blumen auf Sommerhemden. Einfach wenn man am Strand chillt, vertraut mir. Ich habe auch eins, glaube ich, mit Blumen. Keine Rosen, sondern Blumen. Ist wirklich extrem schön. Und einfach die Farbkombo von diesem Beige mit Rot ist einfach extrem erfrischend. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich muss auch sagen, für Represent-Preise geht das sogar klar, denn es kostet nur, also nur bringt mich jetzt nicht um, 150 Euro. Ich weiß, es ist eine Stange an Geld. Und der Preis senkt sich leider auch nicht, denn wir machen sofort weiter mit Jacquemus. Und hier ist das, was ich meinte. Denn auch hier haben wir Blumen am Start. Jetzt keine Rosen, sondern halt nur Blumen. Ähnliches Prinzip wie bei Represent. Es gibt mir so die gleichen Vibes. Auch wenn ich sagen muss, dass ich einen Schnitt bei Represent etwas cooler finde als hier. Das ist eher dieser, ich habe ein Date, bis hier so Kerzen sind an, abends Candlelight Dinner und so. Da vertraut mir, ihr habt dieses Hemd an. Euer Date kommt mit euch nach Hause. Vertraut mir zu 100%. Ist jetzt nicht so boxy geschnitten, nicht so cropped geschnitten. Aber auch auf gar keinen Fall dieses Skinny extrem lang geschnitten. Es ist eine gute Mitte, die man haben muss, um sein Date zu verführen, würde ich sagen. Wer hätte es gedacht, ich habe auch ein Hemd mit einem Print gefunden, den ich nicht wirklich sehr cringe fande. Und zwar das von Ruff. Das werde ich euch jetzt hier mal einblenden. Und ihr könnt anhand des Produktfotos schon sehen, okay, der Schnitt ist unfassbar. Natürlich ist der Preis auch unfassbar, denn das Ding kostet 219 Euro. Aber ich kann es jedem von euch nur empfehlen, für diesen Sommer sich ein Hemd zu kaufen, was etwas teurer ist. Denn vertraut mir, die Dinger liefern auf jeden Fall ab. Auch das Hemd hier hatte ich im Bräuninger schon mal an. Und kann euch sagen, der Schnitt ist eine absolute 10 von 10. Leider habe ich kein Fit-Video gemacht, wie soll ich das auch machen, in der Kabine. Aber wie gesagt, das Hemd hier kriegt ihr für 219 Euro. Und das letzte Piece aus diesem Video hier wäre eine Brand, die jeder von euch kennen sollte. Und zwar Marni. Wir liegen jetzt preislich bei 320 Euro. Und ich glaube, das ist fernab der Realität. Wenn jemand von euch 18 wird und, keine Ahnung, dieses Hemd so geisteskrank feiert, auch wenn hier nur Leichmanni draufsteht, ist es vielleicht vertretbar, sich das hier als Geburtstagsgeschenk zu wünschen. Natürlich unfassbar viel Geld, versteht mich nicht falsch. Der Schnitt und die Qualität, auch hier wieder, ist geisteskrank. Auch ich hatte bis jetzt ein paar Marni-Hemden an. Habe sie auch bei Jan gesehen, weil Jan das eine oder andere Marni-Hemd hat. Ich für mich selber kann sagen, dass mir ein Hemd noch nie 300 Euro wert war. Vielleicht ändert sich das diesen Sommer. Und ich hole mir mein erstes Marni-Hemd oder mein erstes 300 Euro Hemd. Das wären die 10 besten Hemden gewesen. Also von billig, von 15 Euro oder so, bis 330, 320 Euro hatten wir wirklich alles dabei. Jeder von euch sollte fündig werden. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr euch unterhalten habt. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch dieses Video gefallen hat. Ich bin der festen Meinung, dass das mit die 10 besten Sommerhemden sind. Das wäre es. Bleibt gesund und genießt den Sommer. Peace, haut rein.